Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 5, mein Name ist Klimm und wir stehen hier in der Base und ich möchte heute mal wieder ein wenig produktiv sein. Ich möchte ordentlich in der Base weiterarbeiten. Wahrscheinlich oder na, eventuell werden die nächsten paar Episoden hier in der Base spielen, denn ich will langsam wirklich 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 mal hier ordentlich in der Base reinklatschen. Wir haben jetzt seit mehreren Episoden hier den unfertigen Lagerraum bzw. nicht mal angefangenen Lagerraum, möchte ich an dieser Stelle sagen. Er ist nicht mal, also angefangen ist er schon, aber er ist komplett unfertig. Das hier ist noch unfertig. Draußen ist alles unfertig und ja, deswegen habe ich mir gedacht, heute werden wir übelst produktiv sein und diesen Raum hier, dieses Lager erstmal nicht fertig bauen, aber optisch, optisch auf jeden Fall fertig bauen und die ganzen Kisten vielleicht sogar schon alle reintun. Mal schauen, wie das alles so funktioniert. Mal schauen, wie das alles läuft. Dafür brauchen wir sehr, 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 sehr viel Holz. Ich gucke gerade mal, ob wir hier irgendwo... Opa, da ist jetzt ein Stein drin. Ja, jetzt sind da zwei Steine. Na ja, haben wir mal ein bisschen verklegt hier. Kann ich mal hier ein bisschen loswerden, bitte? Hallo? Das ist alles voll einfach. Die ganzen Kisten sind halt... Ich habe mal irgendwo hier, habe ich Gravel und so ein Kram. Ach, ist egal, mach ich später. Wir müssen sehr, sehr viel Holz holen, denn wir müssen sehr viele Kisten hier reinballern. Das hier alles wird mit Kisten entsprechend aufgefüllt werden und das wird eine unserer Main-Tätigkeiten werden, die wir hier zu tun haben. Und ich würde sagen, bevor ich hier weiter rumlabere und sage, ich mache die Kisten jetzt, mache ich mal die Kisten jetzt, beziehungsweise hole das ganze Holz hierfür. Und das machen wir wahrscheinlich in einer Third-Person-Timelapse, denn ich weiß schon, wo ich gut Holz farben kann. Also Leute, Third-Person-Timelapse incoming. Ja, ich habe ganz viel Holz gefarben. Ihr seht schon, 1, 2, 3, 4 Stacks haben wir im Inventar, vielleicht auch 5. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, aber damit sollten wir doch schon mal was anfangen können. Oh, ich möchte noch was... Ne, das hole ich gleich. Ne, das nehme ich jetzt mit, falls das alles in der Schalkerbox. Aber das hier brauchen wir auch noch, ein bisschen Eis. Denn ich möchte hier in meinem Lagerraum so ein bisschen... Ihr habt es... Ihr seht es ja hier schon. Also das ist ja hier schon... Geht ihr hier schon genau in diese Richtung. Von wegen Eis und sonstiges. Das können wir auch mal abreißen hier. Das steht ja nicht mehr so. Tschüss. Eis und Holz. In diese Richtung möchte ich gehen. Ich möchte gerne in die Richtung viel Sprucewood gehen. Also hier, Sprucewood-mäßig wird sich auf jeden Fall was tun. Da werden wir so ein Arch, so ein Arch oder so ein Bogen halt machen. Und dann wird an der Decke viel Eis hängen. Einfach nur so, damit das hier ein bisschen vereist aussieht, alles hier draußen. Generell will ich alles vereist aussehen lassen. Da werden wir auch noch einiges tun. Und hier drinnen halt... Hier halt übelst heiß und warm. Und so ein bisschen... Ihr wisst schon. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Hab ich ja schon mal erklärt. Also ich würde sagen, ich probiere ein bisschen rum. Mega nice. Durch diese einfachen Holzbalken, die ich hier hinzugefügt habe, wirkt der ganze Raum irgendwie schon viel geiler. Ich bin da... Irgendwie bin ich gerade... Sieht schon geil aus. Und ich überlege mir gerade vielleicht sogar... Ah doch, die Archers will ich machen. Die Archers will ich auf jeden Fall machen. Aber die Decke wird eine andere. Also die Decke wird flach sein. Und dann werden hier Archers reingehen. Und dann wird hier Eis so in den Archers hängen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also wie möchte ich die Archers machen? Ich weiß es noch gar nicht. Also Archers sind halt... Wie heißt... Was heißt Archers auf Deutsch? Das ist eine interessante Frage. Ähm, so Bögen. So, ja, Bögen. Bögen sind es. Eigentlich sind es Bögen. Und ich weiß ja nicht genau, wie ich die machen will. Auf jeden Fall vielleicht so in diese Richtung. Ja, finde ich schon geil. Aber ich hatte die Idee, dass man vielleicht diese ganze Struktur... Also grundsätzlich finde ich es super cool. Aber ich hatte die Idee, dass man die ganze Struktur vielleicht ein bisschen aufbrechen könnte. Indem man diese beiden Pfosten... Wo sind Pfosten? Indem man die beiden Pfosten hier, die zu den seitlichen Kleinlagerdurchgängen stehen... Dass man die ein bisschen verändern könnte. Und ich muss sagen, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das bröckelt das Ganze. Das bricht das Ganze so ein bisschen auf. Das sorgt für ein bisschen mehr Abwechslung im gesamten Lagerraum. Und grundsätzlich finde ich das doch schon mal super. Hier kommen jetzt dann später noch die Kisten rein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich setze die einen nach hinten. Also so quasi. Immer in so Zweierdingseln. Dafür brauche ich aber auch noch was anderes. Und zwar muss ich erstmal für mich entscheiden. Mache ich Kisten, die so hier hinkommen? Oder mache ich Kisten, die so nach hinten gehen? Ich weiß es noch einfach gar nicht. Wir werden hier natürlich sehr, sehr viele... Ich glaube, ich lasse die nach hinten gehen. Ich glaube, das tue ich. Und ich glaube, ich ordne die Kisten so an. Zwei hier, zwei da. Und dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier verschiedene Kisten. Vier verschiedene Minecraft-Items, die wir reinsortieren können. Und das Ganze mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Vier mal zwölf. Also 48 verschiedene Items, die wir alleine hier in diesem Gang schon einsortieren können. Und dann kommen natürlich noch die Sortiersysteme hier an der Seite. Und da an der Seite. Vielleicht mache ich da auch mal schauen. Also bevor das automatisch sortiert wird, wird das auch erstmal ein normales Lager werden. Das heißt, da kommen erstmal nur Itemframes hin. Und ich sortiere manuell ein. Bis wir dann soweit sind und sagen, okay, wir sortieren das automatisch ein. Dann wird, ich weiß auch noch gar nicht wo, aber dann wird hier irgendwo in dem System, eventuell hier in der Mitte, so ein Tisch, der in der Mitte steht, wo ich dann darauf zugreifen kann. Aber irgendwo wird es dann eine Chest geben, wo ich meine ganzen Sachen einlagern kann. Vielleicht auch hier oben, dass ich dann einfach hier stehe, rechtsklick mache, gucke auf die Kiste, packe da meine ganzen Sachen rein, die sortiert werden. Ich weiß es noch nicht. Also vielleicht werfe ich die auch irgendwo einfach hin. Weil sie sagen, okay, ich habe ganz viele Sachen, die sortiert werden müssen. Und ich kann die hier einfach hinwerfen. Und dann werden die automatisch vom System eingesaugt. Und ich habe keine Ahnung. Werden wir aber irgendwie noch herausfinden. Werden wir noch gucken, wie wir das machen. Oder wenn ich hier rein, ist keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Aber bevor ich die Kisten hier reinmache, möchte ich jetzt die Decke ein bisschen mit Eis ausstatten. Und ich glaube, das wird schon mal wieder ganz cool werden. Ich muss dafür das Holz mal ganz kurz wegtun, weil das werden wir jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Dann haben wir hier eine ganze Menge Eis. Ich würde gerne noch einen zweiten Block mit reinnehmen. Ich hatte auch mal irgendwo welches. Ich bin ein Idiot. Und natürlich habe ich hier irgendwo welches, das war ganz schön viel. Das habe ich nämlich schon mit dem Ofen geschmolzen. Weil der, ui, der Block, von dem ich rede, ist dieser hier Glas. Davon haben wir erstmal eine Menge, die wir gebrauchen können, die auch eigentlich für den unteren Teil da gedacht ist. Und wir müssen auf jeden Fall noch eine Blazefarm oder so bauen oder Basti's Blazefarm reparieren, sodass es funktioniert. Weil aktuell ist hier ein bisschen broken. Damit wir unendlich Brennstäbe haben. So, aber jetzt erstmal ganz viel blau gemacht. Sehr schön. Und damit und mit dem Eis werde ich mich jetzt ein bisschen austoben. Und dann mal schauen, wie weit ich mit dem Lager hier eistechnisch komme. Da bin ich schon gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Weil ich habe aktuell noch keine Ahnung, wie ich das machen will. Aber da fällt mir schon was ein. Ich muss sagen, ich bin wirklich, 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 wirklich sehr zufrieden mit dem, was sich gerade hinter mir befindet. Blöd, dass ihr es nicht sehen könnt, oder? Ich finde, es sieht cool aus. Was haltet ihr? Ne, Quatsch, jetzt guck hier. Ich habe hier ganz viel Eis reingetan. Und das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als wäre die Höhle hier richtig vereist. Als würde hier das Eis runterbrechen von oben. Habe ein paar blaue Akzente gesetzt. Keine Ahnung, warum ich so viel Gasdreck gemacht habe. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden. Es sieht geil aus. Ich finde, es sieht richtig geil aus. So richtig schön frostig und kalt und so. Und genauso wollte ich meinen Lagerraum auch haben. Denn hier drin ist ja alles mega heiß und Lava und so weiter. Ich habe es ja eben schon erklärt. Das ist so das Theme der Base hier. Feuer und Lava und Eis und, äh, nicht Eis. Und hier halt Eis und frostig und die Treppe gehen wir runter und kalt und so weiter und so fort. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Wir haben jetzt heute nur noch eine Sache zu tun. Und das ist die ganzen Truhen einfügen. Da kann ich aber heute erstmal nur die Hälfte machen, weil ich brauche sehr, sehr viel Eisen für die ganzen Trap-Chests. Ähm, und das habe ich aktuell nicht. Dafür brauche ich halt eine Eisenfarm. Oder ich werde wahrscheinlich keine zwei Eisenfarmen bauen. Ich werde wahrscheinlich nur eine Eisenfarm bauen. Und die wird dann entsprechend an der Zim Base sein. Das heißt, äh, sorry, wir werden wahrscheinlich hier keine Eisenfarmen mehr bauen. Aber halt dann an der Zim Base werden wir eine bauen. Und ich werde jetzt erstmal mein ganzes, äh, Holz hier klein machen. So klein Holz verarbeiten quasi. Und, äh, daraus eine ganze, ganze Menge an Truhen machen. Die ich dann, äh, hier entsprechend platzieren kann. Also erstmal normale Doppel-Chests, die so in Reihen stehen. Und, äh, das werde ich jetzt nochmal eben auffüllen. Aber vorher würde ich gerne ein Design dafür festlegen. Und dafür brauche ich, ja, mal wieder Holz. Und das erste, was ich da machen will, ist diese beiden Blöcke an jedem Punkt einmal hierdurch austauschen. Dass ich hier drunter das hier machen kann. Damit ich da drüber die Chest stellen kann. Und über die Chest möchte ich dann von der anderen Seite diese, die Treppenblöcke so hinsetzen. Damit ich die Chest immer noch öffnen kann. Damit ich hier Platz für Itemframes habe. Und genau dasselbe soll da oben auch passieren. Das heißt, ich muss dann hingehen. Und an dieser Stelle, ja, ist egal wie rum eigentlich. Wobei, die anderen sind ein bisschen schöner. Dann sehe ich das nämlich nicht, wenn die sich von unten öffnet. So, das Ganze auch machen. Das heißt, das hier mache ich jetzt erstmal überall. So, dass hier genug Platz für Chests ist. Und, ja, das mache ich aber, ja, in jedem dieser einzelnen Dingelsils. Und sobald ich damit durch bin, ja, zeige ich euch das ganze Ergebnis dann mal. Dann sind wir mit dem Lagerraum soweit erstmal fertig. Soweit wir ihn machen können. Und dann können wir uns, ja, bald um neue Sachen widmen. Ich finde es schon geil, dass wir so viel Fortschritt gemacht haben heute. Aber jetzt erstmal weiter powern. Ja, bis gleich. Und ich bin fertig. Ich habe nicht mal die Hälfte der Chests gebaut. Das heißt, wir können hiervon rein theoretisch auch noch zwei Chests abzocken. Wir haben 48 Chests, die wir noch mit Tripwirehooks versorgen müssen. Um daraus Redstone Chests zu machen. Und, Leute, so sieht das Lager aktuell aus. Das ist das fertige Lager. Und ich bin gerade noch auf die Idee gekommen, dass wir Seelaternen hier oben verstecken können. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde, das Lager ist schon ziemlich, ziemlich geil geworden. Wir haben jetzt hier die Hälfte der Chests drin. Die andere Hälfte der Chests mache ich natürlich noch. Na, kein Problem. Und irgendwann machen wir das Redstone dahinter auch noch. Ja, aber ich muss sagen, das Lager ist doch jetzt schon ganz vernünftig. Und gerade mit dem Schnellofen, den wir hier noch benutzen können und so weiter und so fort, ist das doch ein richtig, richtig schickes Lager. Hier sind natürlich noch einige Stellen, wie die Stelle hier zum Beispiel, die Stelle hier zum Beispiel noch nicht perfekt sind. Und da werde ich mich dann doch drum kümmern. Aber es ist schon mal deutlich weiter als dieser leere Raum, den wir hier die ganze Zeit hatten, der mich so gestört hat, dass ich den unbedingt mal auswechseln musste und es jetzt auch getan habe. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann checkt auf jeden Fall mal das aus, was ich jetzt gerade einblende und zwar meinen Merch. Denn der Merch ist ziemlich, ziemlich cool. Ich trage ihn auch gerade selber, diesen blauen Pulli. Ich mag den sehr, sehr gerne. Also, falls ihr mich unterstützen wollt, guckt euch das auf jeden Fall an. Das würde mich mega freuen. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt mir ganz klar noch einen Daumen nach oben und verpasst auf keinen Fall die nächste Folge von Crafted Deck. Die kommt dann am Sonntag, denn morgen kommt Ultra Builders und ich wünsche euch damit schon mal viel Spaß. Ciao und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ciao und bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.